das ist auch geil ich finde chanel habe ich noch david of horizon finde ich geil cool also wir sind wir sind ja reinhäuter deswegen kommt nicht mehr ins hotel weil reine haut reinhaut wir haben uns ausgetauscht über unsere badezimmer ausstattung beim nageln kläglich versagt wie machst du deine augenbrauen erinnert euch an die boston videos die gesamte ästhetik david macht zu allen vor sieht mit über 40 aus wie meine mama sagt 20 meine mutter das hatte ja fast jeder gesagt jetzt also jetzt noch jünger so dankbar wurde aber auch ein video wird sogar video geschrieben mehrfach frisch und jung ist nur schmeichelei wenn alle das sagen da wird nach geheimtipps gefragt wie er so jung aussieht botox und ich stand daneben bist du 30 sport macht alter natalia findest du deinen ehemann auch jung und frisch immer jetzt noch schön ja du auch aber noch mal zurück zum thema gut riechen ist was ist was feines mit creme und so und was weiß ich was noch so gibt habe ich nichts am hut auch nur ein labello und gut riechen labello ist wichtig hätte ich heute gern auch gehabt wenn der fieber irgendwie ich kam rein zwei minuten in der hande waren meine lücken hoch ja matze ist jetzt glaubst du ernsthaft ich würde ein labello teilen deine geschlechtskrankheiten die wollen wir nicht hier doch sollten wir dran ja manchmal schmiert man irgendwas ins gesicht gute nachtcreme benutze ich irgendwann am morgen so für die wehr creme die muss spannend meine haut ich finde es wohl unangenehm wenn man so eine schmierstelle geht gar nicht unterwegs erst einmal mit matze unterwegs kam online ich dachte ich bin meiner frau also hier die creme das benutze ich nur für meine stunden das ist immer noch immer super aufs klo gehen da kannst du immer sicher sein dass alles diskutiert ist und irgendwann flughafen aufs klo muss dann matze musst du auch geh du zuerst gucci testchen wie bitte macht euch kurz fertig krass aber jetzt kümmern wir uns um die andere kosmetik ich bin körperkosmetik aber was wolltest doch hier heute einmal auf mein endlich vernünftiges schuhwerk inweiten bombe könnte ich auch mal gebrauchen wir faulen die füße ab echt normal stehe ich so viel in der ganzen woche was soll ich sagen alicia wie hat dir eigentlich deine erste februar gefallen gut ich habe es mir ganz anders vorgestellt wie ich habe mir so kreischende teenager vorgestellt so wirklich so zwölfjährige so also was publikum sogar vernünftig in erinnerung ja alle die bei mir stand waren super wir hatten einen das muss man auch sagen hat uns auch die messeleitung noch mal gesagt wir hatten einen wirklich qualitativ hochwertiges und sehr ansprechendes publikum das habe ich auch einigen leuten gesagt die die bei mir am start waren habe ich gesagt ja ich sehe ja immer nur klicks und nie das reale gesicht hinter der person die zuschaut und damals mal so ein qualitätsschnitt zu sehen und zu sehen okay halbwegs vernünftige nicht nur verrückte leute das hat mich schon erfreut also weiter so jetzt kommt die kamera auf mich dabei zwischenzeitlich habe ich gedacht alicia hätte ein alkoholproblem oh shit sieht man da irgendwas alicia auch noch matze kannst du leckere ziegen besorgen es lag überall riegel rum aber die haben alle geschmeckt wie die letzte grütze und dann wollte ich einfach mal ein es endregel am start haben und den konnten wir nicht auftragen weil matze musste alle verschenkt hat und selber eingesteckt hat ich habe auch kein einziges gegessen wir haben die wirklich alle in einer sehr umfangreichen stückzahl ins publikum gefeiert stimmt 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 亮 stimmt stimmt Ich hatte ihr sie und ich hatte keinen, ich hatte irgendeine Plöre, aber mein Schatz, sie wollten mir dann leckeren Riegel auftreiben, daraus sind dann die Ziegen geworden und das Alkoholproblem. Ja und Matze hat weder Ziegen noch Riegel auftreiben. Ja, danke dafür. Also auf der nächsten FIBO werde ich sehr wahrscheinlich mit einer Ziege im Schleppau anlaufen. Ja, wäre doch episch. Eine ESN-Ziege. Komm, jetzt gibst du das holle Programm. Ja. Stopp, 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 geh mal ein Stück zurück. Jetzt zählt's, ja. Jetzt bist du ja im Dunkeln. Noch weiter ins Licht. Noch weiter? Noch weiter, noch weiter. Aber ich bin sehr technisch hier. Gut aus, Junge. Jetzt ist er dabei wahrscheinlich. Und Toppenbizep? Die Pizep kommt vorne. Bizeps. Topp. Ja, jetzt hättest du es. Ja, die mag er. Die mag er, die so gut ist. Topp. So sieht's aus, ja. Wie alt? Eines sonst gewonnen, jetzt. Der Nachwuchs hier. Das sind die Jungs, die geben Gas hier. Top, Alter. Guter Frame. Ich geb mal ein bisschen. Sehr geil. Danke. Nice. So sieht's aus. Das müssen wir in die Hand legen. David, wie sieht's aus? Hm? Zieh dich mal aus, post mal. Nein. Heute Billiard oder? Gib mal Gas. Jetzt bin ich zu eitel. Bescheiden. Bescheiden. Bescheiden, genau. Zu bescheiden dafür, ja. Zu fett, äh, zu bescheiden. Ich bin zu fett. Das ist gut aus, Schatz. Komm, lass mal loslegen. Endlich, ne? Drei Stunden. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Oben. Ich wollte loslegen. Einer muss immer den Meter machen, der dann die Sache ins Rollen bringt. Danke. Danke. Danke.